Oh, Maschallah! Jasmin, du erstickst normalerweise in den Dingen. Aber ich hab das Gefühl, mir kommt es gleich hoch. Es strickt mir so in meinen Adam's Apfel. Toida! Willkommen zu unserem Vlog! Mit Natu! Und mit Jasmin! Und mit Omar! Omar! What's up, Fans? Wir haben bald ein paar zwei von Losing My Religion für euch. Go purchase our album, bitches! Ihr könnt es dann bald pre-ordern und merchandise. Es wird Kopftücher geben mit unseren Gesichtern drauf. It's gonna be out somewhere near next year!